Die Arbeitswelt von heute hat sich geändert. Jeder vierte unserer Unternehmer und Unternehmerinnen befindet sich heute in einem Mehrfachversicherungsverhältnis. Sie sind sowohl Unternehmerinnen und Unternehmer als auch Angestellte und damit automatisch bei mehreren Versicherungen versichert. Das führt dazu, dass wir heute ein komplexes System haben aus Vor- und Nachzahlungen und die Versicherte, der Versicherte kennt sich nicht wirklich aus. Das wollen wir ändern. Wir wollen eine klare Versicherung haben für den Unternehmer, für die Unternehmerin. Wir wollen eine Information für diese Versicherte. Wir wollen keine Überzahlungen, wir wollen exakte Zahlungen haben und vor allem wollen wir ein System haben, das von den Menschen akzeptiert wird. Es geht um nichts anderes, als dass wir das heute bestehende gute System der Pflichtversicherung weiterentwickeln für die Mehrfachversicherten und so eine höhere Akzeptanz für das gesamte System der Sozialversicherung in Österreich und im speziellen Wien schaffen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.